Der Inverted Classroom ist ein Lehrformat, das die zentralen Aktivitäten des Lehrens und Lernens neu verortet. Die bisher hörsaalgebundene Phase der Inhaltsvermittlung ist nicht mehr fremd, sondern selbstgesteuert und digital. Und die bisher nachgelagerte Phase der Inhaltsvertiefung findet in Präsenz statt, wo die vorab im Selbststudium erworbenen Inhalte auf vielfältige Weise vertieft werden. Eine besondere Rolle kommt dem Mastery Worksheet zu. Mit diesem zwischengeschalteten digitalen Test dokumentieren die Lernenden ihren Wissensstand und ermöglichen den Lernbegleitern, die Präsenzphase entsprechend auszurichten. Die wichtigsten Gelingensbedingungen für einen funktionierenden Inverted Classroom sind eine hohe Qualität der in Phase 1 angebotenen digitalen Inhalte, eine Vielzahl von Anreizen, diese auch durchzuarbeiten, eine gut durchdachte Präsenzphase mit kompetenzorientierten Übungs- und Vertiefungsangeboten, vielfältiges Assessment zur Wissensüberprüfung und permanente Evaluationen der Abläufe und Lernleistungen in diesem Lehrformat, um dieses den Veränderungen in einer digitalen Welt anpassen zu können. Vielen Dank.